Guten Tag meine Damen und Herren, wir besprechen heute die Kunstfreiheit und die Wissenschaftsfreiheit, die beide in Artikel 5 Absatz 3 geschützt werden. Zunächst zum Schutzbereich, da brauchen wir eine Definition, was denn Kunst überhaupt ist. Sie kennen den berühmten Satz, ist das Kunst oder kann das weg? Oder vielleicht auch die Geschichte von der Fettecke von Beuys, die angeblich eine Putzfrau entfernt hat, weil sie dachte, das wäre Dreck. Und ähnliche Geschichten gibt es viele. Also man muss überlegen, was eigentlich Kunst ist. Und der weite Kunstbegriff würde sagen, was Kunst ist, ergibt sich aus dem Diskurs derjenigen, die Kunst machen. Das heißt, die Kunst bestimmt selbst, was Kunst ist und was weg kann. Das würde ein sehr offener und weiterer Kunstbegriff vertreten. Das ist natürlich problematisch, weil es sehr unbestimmt ist. Und was ist denn der Diskurs der Kunst, der etwas als Kunst bezeichnet? Und kann der Diskurs dann auch etwas ausgrenzen, was andere möglicherweise als Kunst begreifen? Also ein Begriff, der zwar sehr offen ist, aber auch problematisch ist. Das Bundesverfassungsgericht hat in einigen Urteilen versucht zu beschreiben, was Kunst ist. Also einen materiellen Kunstbegriff entwickelt, Tatbestandsmerkmale entwickelt, für Werke, die dann doch sicher in den Kunstbegriff des Artikel 5 fallen. Danach ist Kunst ein Ausdruck schöpferischen Gestaltens. Das Entscheidende ist, man kreiert etwas Neues aus eigenem Antrieb, baut nicht nach oder malt nicht nach oder folgt Befehlen und Anweisungen oder eine Anleitung, sondern es ist eben das schöpferische Element. Relevant für den Kunstbegriff. Zum Ausdruck gebracht werden Erlebnisse, Eindrücke und Meinungen. Bei Texten, also Romanen, Literatur relativ eindeutig, dass das zum Ausdruck gebracht wird. Aber auch bei den Bildern werden natürliche Eindrücke und Erlebnisse nur dann eben in anderer Form zum Ausdruck gebracht. Bei Filmen ist das auch wieder relativ einfach. Und der Mittel des Ausdrucks ist eine Formensprache, die dann vor allen Dingen für die bildliche Darstellung geht oder die nicht-textliche Darstellung. Aber auch im Text haben wir natürlich Möglichkeiten einer Formensprache. Sie kennen vielleicht den Dadaismus, auch das ist Kunst. Auch wenn da keine oder nur wenige zusammenhängende Worte auch oft vorkommen und man sich fragt, was gemeint ist. Oder Ernst Jandels, Verfremdungen der Sprache. Auch das ist natürlich Kunst in einer Formensprache. Und die sollen, die Eindrücke und so weiter, sollen zur unmittelbaren Anschauung gebracht werden. Also das zielt natürlich jetzt wieder auf die schaffende, bildende Kunst. Also Malerei, Bildhauerei und so weiter. Filmische Kunst bringt auch Eindrücke zur Anschauung. Bei Büchern, insbesondere bei dicken Schinken von 400 Seiten, ist das mit der unmittelbaren Anschauung so ein kleineres Problem. Da werden ja dann nur einzelne Episoden zur unmittelbaren Anschauung gebracht. Aber, wie gesagt, das ist auch kein abschließender Begriff der Kunst. Das würde das Bundesverfassungsgericht wahrscheinlich auch nie behaupten. Sondern das sind Indizien, Anhaltspunkte, wonach man versuchen kann, zu ermitteln, ob es sich um Kunst handelt oder eben nicht um Kunst. Um Werbung zum Beispiel. Das wäre ja ein Abgrenzungsbereich. Oder Werbung müsste von Kunst abgegrenzt werden. Wobei das ganz schön schwierig ist, weil sehr viele Werbung dann auch sehr künstlerisch gestaltet ist. Also ist schöpferisches Gestalten. Und das bringt Meinungen zum Ausdruck. Und wenn es auch diese etwas schlichte Meinung ist, bitte kaufen Sie dieses Produkt. Und dann kommt es eben vor allen Dingen auf die Formensprache an, welche Mittel denn gewählt werden, um ein Produkt zu verkaufen. Und da werden manchmal kleine Geschichten erzählt. Und das Produkt kommt eigentlich kaum oder nur am Rande vor. Und dann ist die Werbung doch sehr in der Nähe der Kunst. Jetzt könnte man noch fragen, wenn das einer konkreten Sache dient, dem Verkauf, also kommerziellen Zwecken dient, ist es dann noch Kunst oder schließt das den Kunstbegriff aus? Ich will das mal offen lassen. An der Stelle kann man sicherlich intensiv diskutieren. Meine Ansicht ist eher, auch viele, nicht alle Werbung natürlich, aber doch viele Bereiche der Werbung gehören inzwischen auch in den Kunstbereich und konnten da auch geschützt werden. Aber wie gesagt, das ist sehr offen. Dann kann man die Kunst nach Werktypen definieren. Und dann gehört sicherlich zur Kunst die Malerei, Bildhauerei, Fotomontage, Kunstfotografie, Schriftstellerei, Videokunst und so weiter. Das haben wir auch schon aus den Begriffen abstrakten Beschreibungen eben entnehmen können, dass diese Bereiche dann vermutlich in die Kunst gehören. Aber auch avantgardistische Formen der Aktionskunst müssen zur Kunst gehören. Also zwei Bereiche. Jemand stellt sich in Baderose, weiß angemalt in die Fußgängerzone mit einem Schild um den Hals, auf dem irgendwas draufsteht. Dann ist das sicherlich eine Form der Kunst und Aktionskunst und der Mensch darf nicht einfach aus der Fußgängerzone vertrieben werden. Da muss man abwägen, wen stört er denn da. In dem konkreten Fall, einer meiner Mitschüler hat das gemacht, ist er natürlich vertrieben worden und kannte sich mit dem Recht nicht aus. Oder ich habe in meinem Studium eine Vorlesung besucht über Kunst und da waren die großen Künstler der Gegenwart, so ziemlich alle oder doch viele von denen eingeladen. Und einer, ich weiß leider gar nicht mehr, wer das war, hielt einen Vortrag und zeigte anstatt einer Powerpoint-Präsentation immer wieder eine weiße Leinwand, aber forderte immer wieder auf, das Bild zu wechseln und beschrieb dann, was auf dem Bild zu sehen ist. Es war aber gar nichts zu sehen. Da war die Kunst sozusagen, den Leuten zu imaginieren oder die Menschen, die Zuhörer dazu anzuhalten, sich vorzustellen, dass ein Strand oder etwas auf der Kunst ist. Alles das sind, fasst man möglicherweise unter Aktionskunst und auch die muss natürlich zur Kunst gehören, auch wenn sie nicht zu den klassischen Werktypen gehört, die ich hier aufgezählt habe. Ich habe zwei Fälle des Bundesverfassungsgerichts herausgegriffen, die ich Ihnen kurz vorstellen will. Der erste Fall ist der Fall Josefine Mutzenbacher und der Roman heißt Josefine Mutzenbacher, die Lebensgeschichte einer wienerischen Dirne von ihr selbst erzählt. Unter diesem Titel wurde ein Roman herausgegeben, der die Lebensgeschichte der Josefine Mutzenbacher, das ahnt man schon, erzählt, gespickt mit Wiener Kraft ausdrücken und Spezialbegriffen aus dem Bereich der Sexualität erzählt. Und dabei werden pornografische Details ausführlich beschrieben. Und ich habe aus einer Literaturkritik eine etwas genauere Beschreibung über den Inhalt des Werkes, den ich natürlich hier jetzt nicht präsentieren kann, aber die Literaturkritik verschafft einen ganz guten Eindruck, worum es geht und was denn mit den Kraftausdrücken und den pornografischen Details gemeint ist. Der Roman schildert den Lebenswerk eines kleinen Mädchens in die Prostitution. Es ist weniger Geschichte über eine Dirne, denn über ein Kind, das aus ärmlichen Verhältnissen stammt und seine einzige Lebensfreude aus der Sexualität schöpft. Etwas anderes hat das Leben ihr nicht zu bieten. Ihr Körper ist auch ihr einziges Produktionsmittel. Josefine Mutzenbacher wird Hure aus Lust und Mangelsalternativen. Entgegen dem gängigen Klischee ist die Hure reinig der Anfang ihres Untergangs. Im Gegenteil, die Mutzenbacher entkommt dank ihrer dem Elend und der Armut und wird zu einer reichen Frau, die nichts bereut. Der Hurerei verdankt sie, dass sie nicht im Findelhaus gestorben oder als stumpfsinnige, abgearbeitete Proletarierfrau zugrunde gegangen ist. Dank ihrer hat sie vornehme und gelehrte Männer kennengelernt, die ihr Benimm und Bildung beibrachten. Schuldgefühle lässt sie sich vor der Gesellschaft nicht einreden. Das Buch adressiert sie an die reichen und vornehmen Herren, die sich mit käuflichen Mädchen vergnügen. Es soll ihnen einen Einblick in das Fühlen und Denken dieser Mädchen geben, ihre Herkunft und ihre Erlebnisse. Der konsequent pornografische Roman zeigt die Kehrseite einer Wiener Gesellschaft der Hochanständigkeit, ein Leben in Armut und Elend, ohne Seidenkissen und Kühlschuers, ohne Sitte und Anstand. Der Autor hat eine Protagonistin gewählt, die nicht nur dem Proletariatum entstammt, sondern auch ein Kind ist, damit weitgehend befreit ist von den herrschenden Zwängen und Moralvorstellungen. Josefine sieht die Welt naiv und unverstellt. Sie kennt weder Heuchelei, Besitzstandsdenken noch Eifersucht. Im Gegenteil, das Teilen des Partners mit anderen Personen erhöht die Freude und ihr Sozialdenken ist stark ausgeprägt. Josefine kennt keine Grenzen. Sie schläft mit Arbeitern, Unternehmern, mit Jungen und Alten, mit ihrem Vater und mit anderen Frauen. Sie hebt sämtliche Klassenunterschiede auf. Josefine als anarchistische Heldin, der Roman als antibürgerliches Pamphlet und Provokation, bezeichnenderweise funktionieren feste Beziehungen nicht. Sie ahnen, der Roman zielt darauf, Tabus zu brechen. Tabus, die Anfang des 20. Jahrhunderts existiert haben, die sozusagen alle hier angesprochen werden. Aber auch heute werden noch einige Tabus angesprochen. Der Sex mit Kindern an erster Stelle, aber dann auch die Infragestellung von festen Beziehungen und Ähnliches. Das gehört immer noch zu den gängigen Moralvorstellungen und Tabus, die hier infrage gestellt und provoziert werden. Das veranlasste dann, die Bundesprüfstelle für Jugendgefälligschriften den Roman auf den Index zu setzen, was bedeutet, dass er nicht mehr an Jugendliche verkauft werden darf. Darüber sprachen wir im Rahmen der Meinungsfreiheit. Das Bundesverfassungsgericht sagt dazu am 27.11.1990 in der Entscheidungssammlung 83, Seite 130, Die Entscheidung der Bundesprüfstelle für jugendgefährte Schriften vom 14. November und das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 3. März 1987 verletzen das Grundrecht der Beschwerdeführerin aus Artikel 5 des Grundgesetzes. Die Entscheidungen werden aufgehoben. Das Verfahren wird an das Bundesverwaltungsgericht zur Entscheidung über die Kosten des Rechtssteilreichs zurückgewiesen. Geklagt hatte natürlich der Verlag, der das Buch gedruckt hatte und natürlich verkaufen wollte. Und unter Nummer 1 der Entscheidungsformeln hat das Bundesverfassungsgericht auch das Gesetz zum Schutze der Jugend infrage gestellt, die entsprechende Vorschrift und gesagt, das ist zu allgemein und einschränkend formuliert, die Kunstfreiheit muss berücksichtigt werden. Die Entscheidungsformel nennt man auch den Tenor eines Urteils. Der steht immer am Anfang und da wird ausgesprochen, was das Gericht entschieden hat, wer Recht hat, wer Unrecht hat. Beim Bundesverfassungsgericht gelten diese Entscheidungsformeln, der Tenor als Gesetz, sagt das Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Zunächst prüfen wir den Schutzbereich selbstverständlich oder prüft das Bundesverfassungsgericht. Den Schutzbereich fällt der Roman in den Schutzbereich des Artikel 5. Das ist ja fraglich. Man kann fragen, ist das Kunst oder ist das Pornografie? Und Pornografie fällt nicht zwingend in den Kunstbereich. Wir werden sehen, dass das Bundesverfassungsgericht sagt, das ist Pornografie und Kunst. Das Verfassungsgericht führt aus. Die indizierte Schrift fehlt in den Schutzbereich des Artikel 5 Absatz 3. Dabei mag es zweifelhaft sein, ob die schon deshalb zu bejahen ist, weil sich das Werk als Roman bezeichnet und das Ergebnis einer anerkannten künstlerischen Tätigkeit, der eines Schriftstellers darstellt. Das Werk weist aber die der Kunst eigenen Strukturmerkmale auf. Es ist Ergebnis freier schöpferischer Gestaltung in der Eindrücke, Erfahrung und Fantasien des Autors, in der literarischen Form des Romans zum Ausdruck kommen. Elemente schöpferischer Gestaltung können in der milieubezogenen Schilderung sowie in der Verwendung der wienerischen Brugiersprache als Stilmittel gesehen werden. Der Roman lässt außerdem eine Reihe von Interpretationen zu, die auf eine künstlerische Absicht schließen lassen. So könnte er etwa als eine Persiflage auf den Entwicklungsroman aufgefasst werden oder eben als Kritik des Proletarier-Elends und der Wiener Heuchelei, wie wir das eben in der Romanbesprechung kennengelernt haben. Weiter zum Bundesverfassungsgericht. Dass der Roman möglicherweise zugleich als Pornografie anzusehen ist, nimmt ihm nicht die Kunstneigenschaft. Die insoweit im Bundesverfassungsgericht 30336 anklingenden und in der angegriffenen Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts aufgenommenen Zweifel greifen nicht durch. Kunst und Pornografie schließen sich, die der Bundesgerichtshof in seiner Entscheidung zu Henry Millers Opus Pistorum zutreffend erkannt hat, nicht aus. Henry Miller ist auch ein Schriftsteller, wenn Sie das nicht wissen, der auch sehr umfängliche Romane geschrieben hat, die nicht so pornografisch sind wie Josefine Wutzenbecher, aber doch auch drastische Szenen enthalten. Drastischer als beispielsweise in der Bibel vorkommen. Also, die Kunsteigenschaft beurteilt sich vielmehr nach den im Bundesverfassungsgericht 67230 aufgeführten Kriterien. Ihre Anerkennung darf nicht von einer staatlichen Stil, Niveau und Inhaltskontrolle oder von einer Beurteilung der Wirkungen des Kunstwerks abhängig gemacht werden. Solche Gesichtspunkte können allenfalls bei der Prüfung der Frage eine Rolle spielen, ob die Kunstfreiheit konkurrierenden Rechtsgütern von Verfassungsrang zu weichen hat. Also, Pornografie kann Kunst sein und dann muss man prüfen, ist möglicher jemand gefährdet oder verletzt, also jugendgefährdete Schriften, die Jugend in ihrer Entwicklung verletzt und muss man das deshalb verbieten und da kann der pornografische Gehalt der Kunst in Anschlag gebracht werden. Das sagt das Bundesverfassungsgericht in der Entscheidung zur Kunstfreiheit. Wie oben dargelegt, müssen die vorbehaltlos gewährleistete Kunstfreiheit sowie die ihrer Ausübung widerstreitenden Belange des Kinder- und Jugendschutzes in Einzelfall zur Konkordanz gebracht werden. Keinem der Rechtsgüter kommt von vornherein vorrang gegenüber dem anderen zu. Den Eingriff haben sie sich geschenkt. Das war natürlich der Vorgang, dass die Bundesprüfstelle, die den Roman auf die jugendgefährdenden Schriften gesetzt hat, womit der Verkauf eingeschränkt war. Dann kann man ihn sozusagen in den Büchereien nur in den Schmuddelecken oder ab 18 kaufen und das ist dann nicht nur ein Problem für die Jugendlichen, sondern auch für Erwachsene, ob die das gehen. Also für die Werbung, für den Roman ist das insgesamt ein Problem. Das ist der Eingriff, selbstverständlich. Und nun sagen sie, Kunstfreiheit ist schrankenlos gewährleistet. Artikel 5.3 formuliert für die Kunstfreiheit keine Schranke. Und was macht man dann? Man darf sie dennoch abwägen mit anderen Rechtsgütern von hohem Rang oder Verfassungsrang und dann muss man praktische Konkordanz zwischen diesen Rechtsgütern herstellen. Also beide Rechtsgüter, die abgewogen werden müssen, möglichst optimal verwirklichen. Das ist das Phänomen der praktischen Konkordanz. Sie sollen so weit als möglich erhalten bleiben. Und dann führen sie natürlich die Abwägung durch. Auf Seiten des Kinder- und Jugendschutzes werden sich Bundesprüfstelle und Fachgerichte im Rahmen des verfahrens rechtlich möglichen Gewissheit darüber zu verschaffen haben, welchen schädigenden Einfluss die konkrete Schrift ausüben kann. Die schließt nicht nur eine Betrachtung der Frage ein, in welchem Maß die Akzeptanz erotischer Darstellung im Zuge sich ganz allgemein ausbreitender Sexographie gestiegen ist. Also sie machen die Abwägung nicht, sondern sie geben Vorgaben, was bei der Abwägung, die das Bundesverwaltungsgericht und die Bundesprüfstelle vorzunehmen haben. Das Bundesverfassungsgericht hat ja den Fall zurückverwiesen an das Bundesverwaltungsgericht. Die müssen neu entscheiden und den Sachverhalten auch intensiver aufklären. Und was müssen sie aufklären? Welche schädigenden Wirkungen hat denn dieser Roman Josephine Mützenbacher möglicherweise auf die Jugendlichen? Und dabei sollen sie beachten, dass Pornografie sich vergleichsweise breit in der Gesellschaft ausgebreitet hat. Also allgemeiner akzeptiert ist als noch 30 Jahre zuvor. Und für die Gewichtung der Kunstfreiheit kann von Bedeutung sein, in welchem Maße gefährdende Schilderungen in ein künstlerisches Konzept eingebunden sind. Die Kunstfreiheit umfasst auch die Wahl eines jugendgefährdenden, insbesondere Gewalt und Sexualität thematisierenden Zugees, sowie dessen Be- und Verarbeitung nach der vom Künstler selbst gewählten Darstellungsart. Sie wird umso eher Vorrang beanspruchen können, je mehr die den Jugendlichen gefährdenden Darstellungen künstlerisch gestaltet und in die Gesamtkonzeption des Kunstwerks eingebettet sind. Weiterhin kann die für die Bestimmung des Gewichts, dass der Kunstfreiheit bei der Abwehrung mit den Belangen des Jugendschätzes im Einzelfall beizumessen ist, auch dem Ansehen, das ein werkbares Publikum genießt, in die zielle Bedeutung zukommen. Echo und Wertschätzung, wie es in Kritik und Wissenschaft gefunden hat, können Anhaltspunkte für die Beurteilung ergeben, ob der Kunstfreiheit Vorrang einzuräumen ist. Wir kennen das schon so ähnlich, weil das Urteil ja auch bei dem Fall Soldaten ist Mörder gestrickt, da haben die auch gesagt, wir nehmen nicht diesen einzelnen Satz, sondern stellen ihn in den Gesamtzusammenhang, was ist da eigentlich gemeint. Und das wird hier auch verlangt, es wird nicht einfach darauf abgestellt, da ist eine Darstellung von einem Sexualakt, sondern wie ist diese pornografische Darstellung ausgedrückt, sind da künstlerische Elemente enthalten und welche Bedeutung hat denn eigentlich dieser Roman in der Literaturkritik, in der Literaturwissenschaft beispielsweise und auch beim Publikum. Das muss alles einbezogen werden, sagt das Bundesverfassungsgericht. Bitte macht euch die Arbeit nicht so einfach, könnte man auch sagen, gibt es den Gerichten vor. Ergebnis, die Bedeutung der Kunstfreiheit wurde von der Bundesberufstelle nicht ausreichend gewürdigt, sie muss die Entscheidung neu treffen und dabei die Kriterien berücksichtigen, die das Bundesverfassungsgericht hier entwickelt hat. Das zweite Beispiel betrifft eine Wahlkampfveranstaltung mehr oder weniger, nämlich den anachronistischen Zug oder Freiheit und Democracy. Das war ein Straßentheater nach einem Gedicht von Bertolt Brecht. Die Aufführung richtete sich gegen den damaligen Kanzlerkandidaten und bayerischen Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß. Dieser wurde durch einen Schauspieler mit entsprechender Maske dargestellt und befand sich mit verschiedenen Nazi-Größen im sogenannten Plagenwagen. Die Veranstalter waren vom Bayerischen Oberlandesgericht wegen Beleidigung verurteilt worden. Das Bundesverfassungsgericht hat die Eröffnung des Schutzbereiches des Artikel 5 Absatz 3 angenommen. Also angenommen dieser Aufführung, dieser Zug, also muss man sich so ähnlich vorstellen wie ein Karnevalszug, verschiedene Wagen, auf denen verschiedene Darstellungen zu finden waren, Figuren, Theater, Schauspieler, oder Schauspieler mit Masken, die eben zum Beispiel bei diesem Wagen dann eben Franz Josef Strauß mit den Nazi-Größen darstellten. Und die Entscheidung ist aus 1984. Strauß hatte, glaube ich, 82 kandidiert zum Kanzler und ist gescheitert und es gab einen sehr intensiven Wahlkampf, wie dieser Aufzug auch zeigt. Zunächst zum Schutzbereich. Der Lebensbereich Kunst ist durch die vom Wesen der Kunst geprägten, ihr allein eigenen Strukturmerkmale zu bestimmen. Also hier stellt das Bundesverfassungsgericht nicht darauf ab, ob eines dieser klassischen Kunstmerkmale vorliegt, sondern sagen, die Kunst bestimmt mehr oder weniger selbst, was Kunst ist. Wie weit danach die Kunstfreiheit der Verfassung reicht und was sie im Einzelnen bedeutet, lässt sich nicht durch einen für alle Äußerungsformen künstlerischer Betätigung und für alle Kunstgattungen gleichermaßen gültigen allgemeinen Begriff umschreiben. Die Unmöglichkeit, Kunst generell zu definieren, entbindet indessen nicht von der verfassungsrechtlichen Pflicht, die Freiheit des Lebensbereichs der Kunst zu schützen. Also sie drücken sich hier mehr oder weniger vor der Definition, kommen aber im Ergebnis natürlich dazu, dass der anachronistische Zug in den Kunstbereich fällt und wenn man sagt, da sind Theaterelemente mit drin, die Leute tragen Masken, was ja zum Theater gehört, dann gehört das sicherlich in den Kunstbereich und ist nahe dran an einer klassischen Kunstform. Und wenn Sie nochmal an die Karnevalszüge denken, diese Karnevalswagen mit Darstellung von Politikern in nicht schmeichelhaften Positionen oder von Kirchenfürsten in nicht schmeichelhaften Positionen, dann gehört das sicherlich auch in die Kunstfreiheit. Es ist nahe dran in der Bildhauerei an der darstellenden Kunst, wenn das auch nur für diesen einen Anlass Karnevalsumzug gestaltet wird. Wir gehen weiter im Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Es unterscheidet nämlich hier zwischen dem Werkbereich des Kunstwerks und dem Wirkbereich des Kunstwerks. Der Werkbereich ist der Schaffensprozess, also der Maler, der in seinem Atelier sitzt und ein Bild malt, ist in diesem Werkbereich des Kunstwerkes geschützt. Selbstverständlich, die Kunstfreiheit betrifft nicht nur das Ausstellen des Bildes, das wäre der Wirkbereich, sondern muss natürlich auch die Möglichkeit umfassen, überhaupt ein Werk zu erstellen, muss den Schriftsteller bei seiner Arbeit schützen, die ja mehrere Monate oder Jahre dauern kann, in der er an seinem Schreibtisch sitzt und Texte verfasst. Und davon zu unterscheiden ist dann der Wirkbereich des Kunstwerks, beim Bild ist dann die Ausstellung des Bildes, beim Theater ist dann die Aufführung oder beim Roman ist dann der Druck und das Lesen vor allen Dingen der Wirkbereich des Kunstwerkes. Also der Wirkbereich betrifft alle mit der Verbreitung und Darbietung des Kunstwerkes zusammenhängenden Aktivitäten. Beide Bereiche werden geschützt, das ist eigentlich deshalb gar nicht zwingend nötig, nicht das zu trennen, das machen sie aber in dieser Entscheidung. Und Eingriffe sind dann alle hoheitlichen Maßnahmen, die den Wirk oder den Werkbereich der Kunst beeinträchtigen. Wenn wir fragen, was denn hier beim anachronistischen Zug beeinträchtigt wird, dann muss man feststellen, der Wirkbereich und der Werkbereich fallen zusammen. Im Falle Mutzenbacher wird in den Wirkbereich der Kunst eingegriffen, die unbeschränkte Verbreitung wird behindert. Der Werkbereich war nicht betroffen, der Roman wurde in aller Ruhe geschrieben. Auch schon länger her ist das ja. Und im anachronistischen Zug fallen Wirk- und Werkbereich zusammen. Durch die strafrechtliche Verurteilung wird in beide Bereiche eingegriffen. Dann prüfen wir die verfassungsrechtliche Rechtfertigung. Nur verfassungsimmanente Schranken kommen in Betracht. Das heißt, andere Grundrechte oder verfassungsrechtliche normierte Rechtsgüterwerte oder Institutionen können einen Eingriff in die Kunstfreiheit rechtfertigen. Und man muss dann wieder praktische Konkordanz herstellen, also Kunstfreiheit und das Gegenrecht möglichst gleichwertig zur Geltung bringen. Wenn man hier fragt, was ist das Gegenrecht oder das Recht, was möglicherweise die Kunstfreiheit beschränken kann, dann die Ehre von Franz Josef Strauß oder das allgemeine Persönlichkeitsrecht von Franz Josef Strauß. Das kann dann dazu führen, dass der Aufzug untersagt wird, weil die Ehre und das Persönlichkeitsrecht von Strauß behindert sind. Also das Persönlichkeitsrecht schränkt die Kunstfreiheit ein. Umgekehrt ist das wie bei der Meinungsfreiheit. Die Kunstfreiheit muss dem Persönlichkeitsrecht Schranken ziehen oder das Persönlichkeitsrecht muss im Lichte der Kunstfreiheit ausgelegt werden. Es ist sozusagen der gegenseitige Einfluss zu berücksichtigen, die gegenseitige Durchdringung. Selbstverständlich kann nicht jede Ehrverletzung dazu führen, dass die Kunst verboten wird und die Kunstfreiheit eingeschränkt wird. Es kommt wie bei der Meinungsfreiheit darauf an, wer betroffen ist, was betroffen ist, welche Äußerungsformen vorliegen und so weiter. Und bei der Meinungsfreiheit hatten wir gesehen, es kommt darauf an, ob es sich um eine öffentliche Person und eine politische Auseinandersetzung handelt oder ob es sich um eine Privatperson und eine private Angelegenheit handelt. Je öffentlicher, umso weiter die Meinungsfreiheit. Je privater, umso enger die Meinungsfreiheit. Ähnlich kann man das für die Kunstfreiheit auch sagen. Es ist eine Abwägung zwischen Kunstfreiheit und Ehrschutz erforderlich. Die gleichzeitige Anwesenheit von Strauß mit den Nazi-Größen in einem Wagen lässt verschiedene Deutungen zu. Auch das kennen wir aus dem Soldaten-ist-Mörder-Urteil. Man muss nicht zwingend sagen, Strauß ist ein Nazi. Das wird wahrscheinlich auch gar nicht gemeint gewesen sein. Sondern er, der hat nicht davor zurückgescheut, in der Wehrmacht zu dienen und den Nazis damit zu dienen, war nicht im Widerstand und hat auch jetzt noch Verbindungen zu oder befürwortet, diktatorische Regime. Strauß hat beispielsweise über die Diktatur in Chile gesagt, das Leben der politischen Gefangenen wäre nicht so schlimm. Im Sommer und bei Sonnenschein in den Stadien ließ es sich ganz gut aushalten. Das führte natürlich zur Empörung. Darauf auf solche Geschichten wird hier angespielt. Also die Verbindung von Strauß oder das Kleinreden von diktatorischen Maßnahmen. Und da Strauß eine Person der Zeitgeschichte war, durfte eine öffentliche politische Auseinandersetzung in Form der künstlerischen Aufarbeitung stattfinden, sagt das Bundesverfassungsgericht im Ergebnis, sodass die Kunstfreiheit in der Abwägung hier vorgeht. Also gleiche Vorgehensweise wie bei der Meinungsfreiheit in den Kontext stellen. Was ist gemeint? Nicht einen Kurzschluss ziehen zum Inhalt der Aussage und dann berücksichtigen, wie öffentlich ist die Person? Geht es um politische Meinungsverschiedenheiten und Kontroversen oder ist das eine private Angelegenheit? Dann ist die Kunstfreiheit eher einschränkbar. Wir schauen uns noch die Wissenschaftsfreiheit ein, die auch in Artikel 5 Absatz 3 steht. Geschützt wird die Freiheit von Wissenschaft, Forschung und Lehre. Also wir haben eigentlich drei Schutzbereiche, wobei die Wissenschaft als Urbegriff verstanden wird. Die Forschung und Lehre gehört zur Wissenschaft. Was wir hier gerade machen oder was ich hier gerade machen, ist Lehre und gelegentlich forsche ich eben auch relativ viel. Bei Juristen sieht das immer nicht aus wie Forschen, indem man Bücher liest und neue Bücher daraus schreibt. Aber auch das ist natürlich Forschung im Sinne der Wissenschaft. Also Wissenschaft wird definiert als jede Tätigkeit, die nach Inhalt und Form als ernsthafter und planmäßiger Versuch zur Ermittlung von Wahrheit verstanden werden kann. Als ernsthafter und planmäßiger Versuch zur Ermittlung von Wahrheit. Man könnte es auch etwas kürzer fassen. Alles, was Wissenschaft ist Wissenschaft. dann fällt allerdings relativ viel raus. Es kann eben auch in die Hose gehen, der Versuch, Wissen zu schaffen. Also es muss nur ein Versuch sein und der muss ernsthaft sein. Alles, was Wissenschaft muss, Wissen schafft, muss ja kein ernsthafter Versuch sein, Wissen zu schaffen. Auch Kabarett verschafft oft Wissen, ohne ernsthaft zu sein. Manchmal mehr Wissen als die Wissenschaft verschafft, möglicherweise. Aber das fällt dann nicht unter die Wissenschaft, sondern unter die Kunstfreiheit, logischerweise. Forschung ist die methodische Suche nach wissenschaftlichen Erkenntnissen, während die Lehre der Verbreitung der wissenschaftlichen Erkenntnisse dienen sollte. Meistens dient sie der Verbreitung der wissenschaftlichen Erkenntnisse anderer und nur in den glücklichen Fällen der eigenen wissenschaftlichen Erkenntnisse, weil man dann sehr tief in die Lehre und in die Wissen, in den Fachbereich, in die Wissenschaft, die man jeweils betreibt, eindringen muss. Wo wird Wissenschaft betrieben? Natürlich an den Hochschulen, das ist ja klar, aber auch natürlich in privaten Forschungseinrichtungen, also Chemiekonzerne oder Pharmakonzerne unterhalten, in der Regel Forschungsabteilungen, die natürlich Wissenschaft betreiben, auch wenn sie mit der Hochschule nichts zu tun hat. Was nicht einschlägig ist, nach allgemeiner Meinung, ist der Unterricht an Schulen. Da wird nur Lehre betrieben, aber eben nicht wissenschaftliche Lehre und die Schulen werden in Artikel 7 oder der Unterricht wird in Artikel 7 speziell geregelt und nicht in Artikel 5 Absatz 3 und Träger der Grundrechte sind alle, die in eigenverantwortlicher Weise wissenschaftlich tätig sind. Das sind dann die Professoren oder die Doktorandinnen und diejenigen, die eine Habilitation schreiben. Zu meinem Bedauern die Studierenden dann wohl nicht, weil sie nur lernen, nur in Anführungsstrichen und nicht eigenverantwortlich neues Wissen produzieren sollen, sondern sich zunächst fremdes bekanntes Wissen aneignen sollen. Der Eingriff erfolgt durch jede Beeinträchtigung der freien Forschung, insbesondere inhaltliche Einflussnahmen sind selbstverständlich nicht gestattet, also der Staat soll den Forschern nicht vorgeben, was am Ende rauskommt bei ihrer Forschung. Es gibt viel Drittmittelforschung, Drittmittelforschung wird durch private Unternehmen vor allen Dingen finanziert, manchmal über Institutionen, dann ist sie etwas weiter entfernt von den Interessen der Unternehmen und Drittmittelforschung wird aber auch finanziert von staatlichen Institutionen, beispielsweise das Umweltbundesamt vergibt relativ häufig Forschungsaufträge an Menschen, die Umweltrecht betreiben beispielsweise. dann ist man nicht in dem Bereich oder nicht zwingend in dem Bereich, dass Inhalte und Ergebnisse vorgegeben werden, aber doch die Fragestellung ist bei der Drittmittelforschung vorgegeben und die Fragestellung ist im wissenschaftlichen Bereich eine ganz wichtige, also die freie Wahl der Fragestellung ist wichtig für die Wissenschaft, die Fragestellung ist die halbe Miete und führt zu bestimmten Denkkorridoren, sagen wir mal, wenn ich bestimmte Fragen stelle, beantworte ich die und habe ein Ziel bei der Beantwortung der Frage, während wenn ich ganz anders frage und viel offener frage, kann ich zu ganz anderen Ergebnissen kommen. Da würde ich sagen, besteht in der Praxis ein Problem, abgesehen natürlich von denen, die dann auch Gefälligkeitsgutachten schreiben, also das aufschreiben, was sie meinen, was der Auftraggeber gerne hören möchte, was verfassungsrechtlich beispielsweise zulässig ist oder unzulässig ist und so weiter. Aber wie gesagt, das läuft, wenn dann sehr subtil ab und selten, ganz direkt, stellt aber natürlich auch ein Problem, ein faktisches Problem der Wissenschaftsfreiheit da, was aber die Rechtsprechung bisher nicht aufgegriffen hat und wo es zu Problemen kommt. Bekannt geworden ist einmal ein Fall, dass ein Biologe, glaube ich, überhaupt keine Ergebnisse abgeliefert hat, die was mit der Fragestellung, mit dem Auftrag zu tun hatten und trotzdem bezahlt worden ist, da ist dann natürlich umgekehrt die Wissenschaftsfreiheit ausgenutzt worden, auch das kann man diskutieren. Verfassungsrechtliche Rechtfertigung ergeben sich aus Artikel 5 Absatz 3, da steht im zweiten Satz, die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Treue zur Verfassung, also man kann zwar frei forschen und eine freie Meinung äußern, aber deshalb muss man trotzdem auf dem Boden der Verfassung sein, man kann auch die Verfassung an bestimmten Stellen für schlecht halten und für Reform bedürftigt, aber die wesentlichen Prinzipien, beispielsweise die in Artikel 79 3 stehen, sollte man vertreten und ihnen treu sein, hört sich komisch an, aber so formuliert das ja das Grundgesetz. Und ansonsten ergeben sich Rechtfertigungen aus verfassungsimmanenten Schranken, dazu einige Beispiele, die Forschung mit Menschen oder an Menschen, die deren körperliche Gesundheit oder Leben einträchtigen, ist natürlich unzulässig, verstört gegen Artikel 2.2 und dann geht Artikel 2.2 auch in der Regel vor und das ist für die Arzneimittelforschung beispielsweise relevant, die müssen ja alle getestet werden, außer Corona-Impfstoffe, die wurden nur sehr kurzfristig getestet, kurzzeitig getestet, alle anderen werden deutlich lecker getestet und man muss sehr viele Vorstufen durchlaufen, bevor man mit Menschen dann testet und die müssen natürlich auch zustimmen und dann ist natürlich Artikel 2 auch einschränkbar, also die der Menschenversuche ohne Einwilligung sind natürlich unzulässig oder anderes Beispiel heimliche Filmaufnahmen zum Zwecke soziologischer Studien kann man sich ja vorstellen, die verstoßen gegen das Persönlichkeitsrecht, das allgemeine Persönlichkeitsrecht, das wir schon kennengelernt haben, aber sie sind natürlich zulässig mit Einwilligung und erlaubt sind auch psychologische Tests mit Einwilligung, wenn die Uni nach Corona werden sie an den Fahrstühlen oft so Zettel finden, sie können sich 5 Euro oder irgendwas verdienen, wenn sie an so einem psychologischen Test teilnehmen und wenn sie da sagen, ja, dann mache ich gerne mit, mal gucken, was dabei rauskommt, dann ist das natürlich erlaubt. Oder ein weiteres Problem, die Genforschung an befruchteten Einzellen, die wird gegenwärtig verboten mit das Embryonenschutzgesetz, warum? Weil Leben und Hürde betroffen sind und dann ist das natürlich eine schwierige Abwägung oder schwierige Frage, ob denn die Würde eigentlich betroffen ist. Eine befruchtete Eizelle im Reagenzglas ist die Träger von Würde, kann sie anders behandelt werden als als Objekt, kann man jedenfalls fragen, denke ich. Das ist meines Erachtens nicht sehr eindeutig und das Leben ist einschränkbar, dennoch hat sich die Bundesrepublik entschieden, Embryonen zu schützen und die Forschung mit Stammzellen im großen Umfang zu verbieten. Israel geht einen ganz anderen Weg, da ist relativ viel erlaubt. Das sind einfach andere ethische Gesichtspunkte. Bei uns spielt wieder eine Rolle und ja auch zu Recht eine Rolle, dass die Nazis in den Konzentrationslager widerwärtige Menschenversuche durchgeführt haben. Zwillingsforschung oder Zahnärzte haben da Schmerztests durchgeführt und alles lauter solche widerliche Dinge und deshalb ist man vorsichtig beim Forschen an Menschen oder an menschlichen Stadien, Entwicklungsstadien, wie eben solche befruchteten Eizellen sind und meines Erachtens zu Recht. Wichtig sind noch Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zur universitären Selbstverwaltung. In den 70er Jahren wurde in den Hochschulen eine paritätische Mitbestimmung in den Gremien eingeführt, also in der Fakultätskonferenz und im Senat der Hochschule saßen zu einem Drittel Hochschullehrer, zu einem Drittel Studierende und zu einem Drittel sonstige Mitarbeiter, also Hausmeister, Sekretärin, EDV, Spezialisten und alle diese Menschen und das ist zum Bundesverfassungsgericht gegangen und das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, die Wissenschaftsfreiheit der Hochschullehrer verbietet, dass andere ihnen vorschreiben, was zu tun ist und deshalb ist die Drittel Parität unzulässig. Die Hochschullehrer müssen in allen Gremien mindestens 50% und eine Stimme verfügen, also die absolute Mehrheit haben, so sind dann alle Gremien auch aufgebaut, also die Fakultätskonferenz der Senat hier an der Universität Bielefeld sind so aufgebaut. Wertwürdigerweise sind in den 90er Jahren Hochschulräte eingeführt werden, das sind Gremien, die sozusagen die Richtlinien der Politik in der Hochschule bestimmen sollen, also die Entwicklung der Hochschule beraten, aber auch bestimmen sollen und da sollen mindestens zu helfen nach den verschiedenen Gesetzen, die in Bundesländern unterschiedlich sind nicht Angehörige der Hochschule sitzen, also da können auch nur Unternehmensvertreter sitzen, was dann oft auch so ist, oder Unternehmen und Verwaltung sitzen da und beraten über die Entwicklung der Hochschule, da haben die Verfassungsgerichte nie gesagt, das verstößt gegen die Wissenschaftsfreiheit der Hochschullehrer, ich halte das für ein Problem, die Drittelparität hätte man ja auch so bestimmen können, dass natürlich wissenschaftsfreier, also Forschung und Lehre durch solche Entscheidungen nicht beeinträchtigt werden, das dürfen Fakultätskonferenzen ja jetzt auch nicht, dass sie den einzelnen Mitgliedern der Fakultät beispielsweise vorschreiben, was die zu forschen haben. Aber das nur als kurzer Überblick, ohne den Fall genau zu besprechen und ich danke für ihre Aufmerksamkeit schütt schütt und schütt schütt